Herzlich Willkommen zurück hier auf der Linkskanal, Tomek zockt. Heute wieder mal in der neuen Runde Fortnite. Die Jungs sind gleich auch am Start. Mal gucken, ob wir den Epischen holen. Wir zocken in Team-Mullbound-Modus und ich würde mal sagen abzocken. Jetzt kannst du täuschen, Jungs. Wir haben immer noch keinen Epischen geholt, so richtig, ne? Ja, 40er. 40er Epischen, Alter. 35 auf Süß. Auf Süß aber, ne, Alter? Hängt dran. Sobald in den Wind. Ich kann den Angreifen oder was? Anfängerin. Ernehmens, einer gelandet. Mach! Aufbeetig von der Seite, Arthur Arthur! Hier kommt noch einer. Oh, er wird, 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 wird. Oh, Mann! Ich geh provokant auf die Fahne und du hast, bis ich mich anschießen. Da, da ist er. Da läuft er weg, der Runde. Aufbeetig! 23er! 23er! Wuhu! 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 Mann, ich finde alle, die staubt den noch von da hinten ab, Alter! Raau! Abstauben, Digga! Das Aim! Oha! Gold! Bro, da muss los! Hab ich da Gold gehört? Ach, hab ich da direkt angekommen. Ja, ja! Sneak, 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 sneak! Die kommen, die kommen, die kommen! Fuck! Und, daneben! Ich muss das noch. Oha, hier sind die Schüsse. Oben. Ey, du dumme Sao! Oben. Digga! Du lächer, Digga! Die Schutze! Da kommt noch einer, da kommt noch einer. Was ist denn bei mir? Ah, der holt mich, der. hey hinter mir hinter mir weiter so ein schwachkopf hier ja du nimmst wieder alles weg mann dd1 ja wir kacke nicht oder stress ja hallo mich mit dem fleisch haben alle ziemlich gut angelegt da kommt noch einer hallo heiliger Flex! Lass mir Frieden, du Arscher! Warum machst du doch mein Frieden? Einer fehlt noch! Ehe, 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 Ehe! Jawoll! Digga, mein Schub zu der P, Junge! Ja, guck mal, ich! Boah, Digga! Wir leben am Limit, ne? Aber wo ist er noch her? Ja, ich geh mal kurz, wie ist das? Wo ist er? Komm mal her, ich spule dich voll hier! Ja, mach das mal her. Komm ich! Jusselin, da! Hallo! Ich hab noch einen, ne? Ja! Ja! Ich hab noch eine Karte ansehen! Ich hab noch eine Karte ansehen! Ich hab noch eine Karte anziehen! Du kannst ja noch das ganze D. Ansehen! einer muss doch einer muss noch hier sein gehört das ist überall schütteln das sind die für nicht ne 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 um 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 oh das hab ich auch kollege das hab ich auch kollege das hab ich auch kollege oh oh der ist oben white ich hab zwei richtig krass angehen das los man ist ja gar nichts frosteiswaffe eiswaffe meint sie trefft die lume ha oh no guck mal wie knapp das war bitte hey die zonen sollten wir nicht mal weiter leute ich hab gar nichts gemacht gar nichts ich hab nur eine das heißt erstmal hier trefft noch blau ne ne save deine aufgabe wo ist der du bist am nächsten dran keine ahnung guck auf gerade komm komm junge renn ich hab bisschen nebel hier ja ich hab bisschen nebel hier ich benebel mich die sind gegner hat mich gesehen hat mich gesehen ein platz scheiße ich komme hier nicht hoch ne ne ich komme hier nicht hoch ich verrecke in die zone zwei sind genug zwei platz komm hier komm hier cam tu säße die ta Bist du? Wo? Wo? Wer ist schon mal weiter vorlaufen? Da oben, auf dem Berg, auf dem Hügel. Boah, Dicker, was hat der mir für'n Hit gegeben? Er war ja nicht alleine, Alter, war doch gut. Ja, Digga! Na ja, er hat mich auch ihm vorbeilaufen, hat er mir ihn gegeben. Geh zu, mach ich! Wieder blieben, wieder blieben, Leute! Schnell! Mich z, z! Jawoll! Ah, nice! 29 nur, ne? Ach nee, Digga! Ich hab's gehabt, der Digga! Aber ja, GG! Das ist doch eine gestorben, Digga, kein Sinn! Oh, in Kronen, sieh! Oh, Digga! 24 hatte ich, eine Marv und vier Thomas. Ich hab tatsächlich das. Oh, no! War eine schlechte Runde. Ich hatte 15 Assists, nur zur Information, ne? Ich hatte sieben, Alter. Digga, sammeln einfach ich im Kittel, Digga! Boah, das wär so geil, ne? Oh, ne Schalt, das wär so geil! Majau! Majau! Maul... Oh! Sau oder Shot!